Wenn die Juden sich über Zion erheben und ein Komet den Himmel teilt und das römische Imperium neu entsteht, dann endet unser weiter Leben. Aus dem ewigen Meer steigt er empor, stampft Armeen aus dem Boden hervor. Es töten die Brüder sich, die Erde wird leer und die Menschheit existiert nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn die Juden sich über Zion erheben, und ein Komet den Himmel teilt, und das römische Imperium neu entsteht, dann endet unser breiter Leben. Aus dem ewigen Meer steigt er vor, stauft Amin aus dem Juden hervor. Es töten die Brüder sich die Erde leer, und die Menschheit existiert nicht mehr. Aus dem ewigen Meer steigt die Erde, und die Erde, und die Erde, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020